Hallihallo und herzlich willkommen zu einem erneuten Streep auf meinem Kanal. Wir spielen heute eine Runde GTM und wir wappen uns schon mal durch die Gegend. Ich habe natürlich gleich mal eines der gefährlichsten Plätze ausgesucht um zu spornen, aber gut, ne? Hab ich gesagt, ich will da hin? Ja, hab ich. Wir spielen heute mal wieder zusammen mit dem Andrew oder so auf diesem Server. Er hat vor, jetzt hier in der nächsten Zeit zu joinen. Vielleicht treffen wir ihn ja, vielleicht erschießen wir ihn auch. Weil noch ist er ja nicht in meiner Clique. Ich weiß manchmal auch nicht, wie ich ihn da einladen sollte. Vielleicht erschießt er uns ja auch, also. Wir haben Bock, hier wieder Fettkohle zusammenzukriegen. Wir wollen uns eine zweite Hütte kaufen. Super. Ach, schießt er mich wegen Hähnchen oder was? Das habe ich auch noch vorhin umsas und mich abknallt. Ich weiß, ich wurde auch schon angeschossen. Ne, kann ich nicht. Geht dein Handy? Oh, Alter. Ne, kann ich nicht. Sehe ich nicht, falls jemand followt oder so. Da, da musst du gucken, ob da noch genug Akku drauf ist. Ja, falls ihr auch mitspielen wollt, der... Ich bin nicht tot. Hab selbst Mut begangen. Und wir werben uns wieder... Ne, wir geben erst mal die Kohle aus. Naja, so viel wird das nicht. Nein, ich will keine Kekse haben. Ich mag keine Kekse. Ein bisschen überteuert deine Kekse, aber ist okay. Ist das beim Drogendealer oder was? Oh, der Stuhl steht Kacke. Ne, will ich jetzt nicht. Man macht immer so eine Furzgeräusche bei den Umstelle. Ein Stuhl. Tja, von hinten gibt's halt kein Kindergeld. Warum? Tja, das ist ein Problem, ne. Dann geht das nicht. Ne. Gibt keine App. Viel Stromhaken, überhaupt um Handy. Oh, Alter. Das war fast voll. Ist das selber leer oder warum ist hier keiner? Hier war das, ne, wo du wohnst, irgendwo. Ne? Na, für 200.000 kriegst du nicht mehr. Ja, ne, ist klar, ich denke, ich habe geschossen. Nicht. Ja, sollen wir. Immer gleich, ja? Ja, darfst du. Ich höre dich jetzt nicht, Moni. Ich höre dich jetzt nicht, Moni. Keine Ahnung. Warum denken eigentlich immer alle, dass ich weiß, wo die Handys liegen? Du willst mir alles genau sagen. Oh, das ist stur nervt. Wo sind eigentlich alle Kisten leer? Ja. So, wir gehen jetzt mal zur Militärer Base. Lohnt sich nicht, mich abzuschießen, ich habe nichts, was öffentlich ist. So. So, wir gehen jetzt mal zur Militärer Base. Okay. So, wir gehen jetzt mal zur Militärer Base. So, weil man es schön findet. So, von der Militärer Base gehen wir über die Berge. So, wir gehen jetzt zum Piano. Ich hoffe, ich glaube gerade in die richtige Richtung für den Piano. Ich werde mich mit Spielenboot dann joint auf die URL, die da an der Seite steht Server IP. Ich weiß gar nicht, warum die Leute immer Server IP schreiben. Das ist nur URL und keine Server-IP, nur Top-Level-Domain. Dann hast du halt auch keinen Chat. Ach so, ist der Endro oder so? Hallo? Hallo? Ich mach dich, Messer, ja. Nee, du, du hübsst nicht. Hast du schicken wenigstens bekommen und Kohle? Nö, jetzt bin ich beleidigt, dass du mich umgebracht hast. Einige Geld hast du begangen? Nichts? 185 hast du gekriegt. Nee. 185? Nee, 185. Du kriegst immer nur die Hälfte. Dann überweist mir mal meine Kohle wieder. Hast du nicht vergessen? Ja, nee, ist klar. Ah, ist ne Bande unterwegs hier. Ah, ist ne Bande unterwegs hier. Ich hasse leere Kisten ohne Zahlen. Ich bin mein Piano. Keine Ahnung. Mich hast du ja mit dem Messer gepiekt. Nee, jetzt nicht. Nee, jetzt nicht. Oh, Essen können wir da draußen behalten. Wenn der Demon kriegt, ist das nicht so schlimm. Was? 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 Die Krone, die kann da mit drin. Die ist ein bisschen was wert, 500. Wir brauchen 200.000 US-Dollar. Ich verspreche euch Weihnachten, wenn ich ab und hier in deinem Beziehung bin. Ja, das gibt es aber auch nochmal. Du... ...und. Das war es sehr schön. Genau, kein Zeichwort... Ich verspreche euch auf deinem Beziehung... ...und. Ich bespreche euch damit hier. Ja, ich verspreche euchи. Ich verspreche euch da. Ich habe unten übrigens einen Counter eingeblendet, wie lange ich ströme heute. Das werde ich in Zukunft immer so machen. Ja, man könnte Multistream machen, einfach unten auf den Button Multistream klicken, dann sieht man den Stream von Andrew oder so, so wie von mir. Die sollte mehr als besser sein jetzt bei dir. Du musst dann nur nachher mal selbst mal in ein Video reinziehen und dann wirst du schon mitbekommen, inwiefern die Soundqualität dort besser ist, aber die sollte klarer sein. Dann wirst du mal was trinken müssen, glaube ich. Zu welchem Tunnel? Ich bin ganz auf der anderen Seite der Stadt, Mann. Wieso bin ich bei dir zu Hause? In den Reihenhäusern? Wie kann man so in den Reihenhäusern wohnen? Was zu beleidigen, wo ich wohne. Ja, wir gehen mal zu McDonalds oder McDonalds oder McDonalds, weil das hier sein soll. Ja, wir sind dann. Gibt es nicht eine Kiste drinne? Ja, wir sind oben. Toiletten. Wir sind dann oben. Also, willst du mich pointen oder was? Und hier wohnst du? Nee. Ja, wo soll ich bitte schon einziehen? Ja. Ist aber bestimmt schon verkauft. Ach, Chests? Ja. Ist verkauft. Ja. Ist verkauft. Ja. Ja. 200.000. Kann ich das jetzt auch nochmal kaufen? Ja. Natürlich habe ich mehrere Häuser, ne? Na, wozu kauft man sich mehrere Häuser? Das, wenn man da ist und seine Sachen einlagern kann. Dann kannst du deine Sachen einlagern. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Oh ja... Ja ja... Ja ja... Ich darf das wenn demnächst übrigens die leitung hier bei mir noch richtig funktioniert dann werden wir in zukunft getrennt voneinander streamen also was heißt getrennt werden schon miteinander streamen aber wir werden nicht mehr zehn zentimeter nebeneinander sitzen so damit das mit den sound dann auch besser ist wer versuchte abzuknallen ich bin weg ja natürlich ja wie gesagt dann zieht andrew in die in sein kinderzimmer und dann können wir über ts machen weg da ja dann können wir über ts reden und ist für euch nämlich auch die sound qualität besser in der sicht sprich dann haben wir kein echo mehr drin und so was also alles für die gute idee und für den besten stream für euch also ich habe momentan gesagt ich strebe jetzt noch eine stunde 15 minuten sagt man counter ja bei mir kommt keiner mit hilly ich bin in wald so das essen braucht man nicht einlagern wenn sie wird kriegen heute nicht rum wo bist du nicht in der nähe von mir glaube ich dann kommt ich auch gerade nicht ähm so schnell bin ich nicht da ich wollte dir nur essen bringen jetzt muss ich selber flüchten ähm flüchten gibt es nicht mehr dann hast du auf jeden fall essen nehm ich recht ja leider leider ja dann solltest du mal so ne ich will das spielen zumindest bis ich 500 200.000 200.000 zusammenhabe ja dann ist es halt so ja dann ist es halt so ja wenn mein stuhl noch einmal geräusche macht schmeiße gegen die wand jedes mal wenn ich mich bewege hätte hör auf damit sonst wanderst du ohne internet in dein zimmer eine bestrafung für die jugend heutzutage gehst ohne internet in dein zimmer das habe ich nicht gesagt wurde gerade gekillt ne ich gebe kein geld für ein taxi aus habe ich bestimmt locker da ich 200.000 haben will habe ich das geld nicht ganz einfach ich bin nicht so immer reich wie du ja warte mal bis ich das haus gekauft habe dann habe ich gar nichts mehr da muss ich jetzt drüben nochmal neu starten wieso weil es so ist genau ach egal nix egal alles muss die richtigkeit haben so wir sind bei 150.000 mehr für 50.000 um das haus zu kaufen wenn ihr mehr als Zuschauer seid macht sie mal einen Liken aber das Blush ist dann halt ok wir werden manchmal Videos mit dem 40.000 aufpassen oder aufpassen ihr könnt bei ihnen auch noch vorbeischauen also ob ich mal zurückgehen ich glaube ja gehen wir bei ihnen vorbeischauen bei ihnen vielleicht auch mal liken wenn sie ja 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 das ist nur noch mal die informationen an euch oben im ausrufezeichen da steht der kanal von ende oder so wenn ihr lust habt geht auf den kanal abonniert ihn liked ihn dann vergewaltig den like daumen bei 10.000 likes werde ich andere schlagen nein nein natürlich nicht mein joke gut wie soll ich auch 10.000 likes bekommen dann kannst du aber nichts mit anfangen ne 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 Ich hab's nicht gebraucht. Oh. Ich geht's ja auf den Overwatch vertreten. Wer hat Overwatch vertreten? Ein Freund von... Du hast Freunde? Oh, dieser Stuhl. Ich bin mir in mir. Ich bin mir im Berg. Ich bin mir im Berg. Ich geh hoch zum Piano. Ich geh auf den Berg. Ich hab's nicht gebraucht. Ich hab's nicht gebraucht. Entsache ich bin aus. Ich hab's nicht gebraucht. Ich hab's nicht gebraucht. Ich hab's nicht gebraucht. Soll ich dich abknallen oder was? Nein. Nein. Überhaupt nicht. Ich pack das Geld nur immer zum Schutz weg. Hm. Was sollst du denn da was? Ich hab vor jedem auf diesen Server Angst. Ich kann dich doch nie mehr. In Minecraft hab ich keine Kinder. Okay. Jetzt hab ich auch kein Papa. Das hab ich auch rausgekackert. Soll ich dann. Soll ich dann. Soll ich dann. Soll ich was. Ich mein, ich denke, dass er jetzt fachabst du. Was war denn das Ding? Oben? Ganz hinten. Jaja. Auf der Seite von der Military Base. Boah. Musst richtig weit laufen. Musst du einmal komplett in den Berg drüber? Ja. Kann er also gerade in die Falsche müssen leusten? Äh. Ja. Ne. Doch. Drehe ich mal um. Drehe ich. Genau. Falsche Richtung. Ja. 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 Du willst mich verarschen. Ich bin fast tot. Ja. 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 fines. Ja. Nein. Ja finely Cloud. Ja. 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 Ja, ich bin fast nie. Ja, ich kostet ja mit mir. stehen egal leiter alles was wichtig ist habe ich weggepackt keine sorge egal was auf ihn gezielt wo ist du ich sehe dich nicht ja ich bin auch fast Für diesen Launcher kriege ich 4,5... 4.050 4.550? Nein, 4.050 Dann müssen wir uns bei den Bullen oder so treffen Bei den Bullen? Ja Bei den Bullen? Ja Ich kann die Bullen gar nicht mehr zu treffen Papa Ist es da rum? Wie geht es den Bullen? Warte, ich komme zu den Bullen Wo waren die denn noch da? Nein, das ist so lange Weile Ja Hier, Kriminell Hier Kann ich kriminell werden? Kann ich kriminell werden? Kann ich kriminell werden? Ich bin kriminell Ich bin kriminell Ich bin jetzt ein krimineller, ja, ich stehe auf der Panox Liste Ich bin kriminell Dann kannst du nur als Premium werden, zum Glück Ich bin kriminell Ich bin kriminell Wie du bist Polizist Ja, ich kann drauf Ich klinge immer in der Panox Liste Scheiße, das ist schlicht. Ne, du musst mich mit einem Dings festnehmen. Mit was? Mit irgendeiner Waffe ist das. Damit kannst du mich nur festnehmen. Ich hab doch noch gar nicht alles verkauft. Du musst mir Geld überweisen, ne? Wie denn? Ähm... PayHotWin und die Zahl. Warte mal, warte mal, warte mal. Ähm... Ich muss den Namen danach eingeben. Also du musst sagen, wie viel Geld du überweisen willst. Hier über die Bank. Transfer money, send to money, to player. Da klickst du rauf. Genau, wie viel du mir geben willst. Ja, alles. Naja, dann klickst du rauf. Und dann gibst du unten im Chat einfach nur den Namen von mir ein. Und dann hab ich kein Geld erhalten. Ja, doch, was ist los. Gut, dann... Jetzt muss ich noch dahin gehen, wo das Häuschen steht. Du kannst kein Taxi mehr bestellen, wenn du kein Geld mehr hast. WE fixing! Ich habe nur... ...eine Name von đizep t Philipp here. Du bist hier wichtig. Da ist das Lich... getting to the point of the house. Nicht Geld fahren! und vergleichen vasometropol. Ich hoffe, ich weiß nicht, dass ich das sehe. Boah, die haben jetzt eure. Ich denke, das ist dein. Das ist dein noch nicht mehr. Vielleicht. Nächste Affenberg. Die ganze Nacht hier. Mal doch gerade. Komm, ich zeig den richtigen Hasen. Oh. Oh. Wie ist das? Wenn ich schon da stehe, ich bin direkt vorher ins Wohnen. Am Wasser war das nicht? so Leute, wenn ich das Haus gekocht habe, dann gehe ich auf den Balkon zum Nachdenken Ich habe die Reise gekocht, aber ich habe die Reise gekocht, aber ich habe die Reise gekocht Oh je war doch auch auf die Bank Komm an die, ich muss auch zurückgehen Die Timmel ist nur für dich. Ja, ich muss ja bis ganz hinten laufen. Ich dachte, ich habe einfach einen Kurschen mit dem Haus rein. Vielleicht muss man was für ein Kurschen bezahlen. Hallo. Hallo. Für ein Haus. Ja. Das war ja ein Kurschen. Tja, man muss doch wissen, wo man wohnt. Und ein Taxi nehmen, wenn man es nicht weiß. Was ist das? Nein. Ich glaube jetzt... Doch. Ich weiß immer noch nicht, wo ich hin muss. Ich komme jetzt zu dir hin gelaufen, oder? Müsst du endlich hier hinten sein. Kein Wunder bei dem Preis. Ne, ich bin gleich da. Und den kriegt er nur essen. Und drei Granaten, ja. So, bin jetzt hier. Ja, da hinten wohne ich, genau. Ich will mir das Haus auch nicht verkaufen, das war die meisten Chests. Was hat mir das 500.000 gekostet, alter. Military Base. Das ist ein Spieler. Mehr Müll, Terry Base, guck mal. Erst mal was. Du hast mich hier. Hallo? Hier war ich doch erst. Wollt ihr mich einfach nur noch verarschen, oder was? Ich komm nie zu dir. Ich glaub, du kannst mir die Codys geben, dann lauf ich da hin. Ah, wo bin ich? Ja, da. Ah, wo bin ich? Ja, da. Ja, da. ... ich sterbe ich sterbe ich werde sterben ich sterbe ich wusste ich werde sterben hinter mir ist auch noch einer der keller ist auch voll mit leuten kann ich nicht noch langsamer drücken du musstest ja eigentlich in die bank eingehen weil die polizist ist und die die bank überfallen ist dein job weil die muss nicht finden nicht beim banküberfall warum komme ich nicht zu dir oder doch wie viel beim x 700 minus oder bloß ich kann mir gerade nicht aussuchen du ich glaube immer noch in die falsche richtung jetzt glaube ich in die richtige richtung ich bin gleich tot du wirst gleich gar nicht mehr laufen ich brauche keine freunde mehr ich bin tot du bist polizist da würde ich dich auch aufklären wollen ich bin jetzt hier das ist ja bei plus 200 das wisst ja das wisst ja dass du nichts also ich krieg das nicht gebacken dass ich endlich mal da warte wo ich hin will ich bin ich das nicht ich bin richtig ich bin nicht ja ich bin nicht aber schon mal her weil kein gott ist auch die sind schon leer alles klar sagt bitte du erinnern dass sie leer sind ich bin tot weil sie genau wissen dass du als polizist nichts tun kannst ja dann hast du ja die berechtigung die anzuschließen so kann sie nicht schießen ich kann kein krimineller mehr werden ich war schon kriminell was wurde minus also rein theoretisch gesehen einfach geradeaus erstmal nee doch warum ich trete noch mal konntest du nicht ja das ist nicht für ein haus hab wieder mal ein haus gefunden mit nur auf dem wasser aha ist natürlich ein premium haus und gehört natürlich auch jemanden ich bin übrigens bei minus 160.000 Ja hast du auch die XZ auch die XZ Axel Ne Ne Ich bin jetzt bei, was hast du gesagt, Minus 700, ne. Ich kann mich jetzt nicht wuppen, ne, dann ertrink ich. Ich schaue es leider. Das ist ein Schwede. Das ist ein Schwede, ey. Ich werde jetzt nicht sterben oder mich wappen. Die Luft reicht nicht aus, um mich zu wappen. 10 Sekunden. Äh, ich gehe nicht hören. Ich gehe aber hin und ihr kriegt den Kuchensträckchen. Was ist das? Dann war es wohl selber. So, jetzt bin ich hier. Nie komme ich daran, wo ich gehen will. Loch im Haus. Haben sie gesprengt. So, jetzt bin ich hier. Das war der Nächste. Der hat gerade nur 131 gehabt. Du dummer Junge. Ich finde deine Hütte nicht. Also, ich kann mich da nicht hinwuppen. So, hier bin ich jetzt. Ja, ist klar. Ja, Mann, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe keine Lüter. Ich habe keine Lüter. Ich werde nicht mehr. Ja, wenn sie genau da stehen, wo sie spawnen. Ich habe keine Lüter. Das ist gut. Ja, das ist gut. Geiler. Das ist für dich da. Guck mal. Wird doch nicht mehr aus da! Da bin ich falsch. Falsch. Da liegt auch so ein blaues Hammer. Große Piano. Ach, reicht. 145 Plus. Ich bin wieder da. Ach, Mann, ey. Alter, ich bin seit fast einer Stunde dabei, mich nur zu warpen. Und wieder Piano. Wieder mitten in der City, ey. Ich will doch nur ein Haus kaufen. Hm. Was soll denn diese Kack-Kack? So, jetzt laufe ich einfach. Ich glaube, das geht schneller. Nö. Aber ich muss jetzt eins nehmen. Jetzt ist es noch ein paar Kommentare. Die Kack-Kack-Kack. Nun, ich komme wieder weiter. Die Kack-Kack-Kack. Ich bin jetzt noch ein paar Sachen. Ich bin jetzt noch ein paar Sachen. Ich bin jetzt noch ein paar Sachen. Das war die falsche Baustelle, ne? Ja, dass sie zum Industriegebühr führt. Ja, ist klar, Alter. Ja, freust du dich jetzt? Genau, kann ich nicht mal schlagen? Was ist denn das für eine Kacke, ey? Was ist denn das für eine Kacke? Ich bin hier der Status Board. Ich bin der End Tower. Wir gehen jetzt mal in den Untergrund, also in die Kacke-Zone. Ich bin, wurde erschossen. So Leute, ich geh mal kurz auf den Balkon nachdenken. Ich bin gleich wieder der. In der Zeit brauche ich nicht mehr. Ich brauche mal kurz hin. Ich brauche die Kacke-Zone. Ich brauche die Kacke-Zone. Ich brauche die Kacke-Zone. Ich brauche die Kacke-Zone. Wir ruhen uns ein bisschen her, weil ich halt gucken möchte, wie lange wir brauchen es sein. Ich bin da! Nee, ich bin schwarz, ich bin da. Da hinten ist das. Ich bin echt tot. Auf jeden Fall habe ich mich jetzt einmal geworpt und habe gleich gefunden. Aber jetzt kann ich alles voll mit Spielern. Die mich auch gesehen haben, Leute. Ich versuche nochmal hinzukommen. Passt mich nicht an! Ich brauche gerne mal, bevor es alleine zu holen. Ich bin komplett mega Reakt cool. Ich habe das sehr zu viel mehrер lunch. So, jetzt geht's. So Leute, ich bin wieder am Start, einige Mammelkarten und ich lasse an den Pt-Von Der Typ hat sich auch gerade eben gewundert Ja Na Ich bin genau an der Bank Die Karte ist sehr toll Ich bin immer noch ein paar Ändr weil es nicht die Karte ist Ja, ich bin immer noch ein bisschen So Ich bin immer noch ein paar Jahre alt ... 2. Wann euch machen wir mal? 5. 6. 7. 8. 12. Hallo, man schießt auf mich. ich will wieder nach hausmann ich bin tot ich will doch nur so auskaufen du bist mir nicht hier das ist falsch das ist vielleicht auch eine knarre so wenn er runter kommt so abbalan ich will wieder schritten weiter kommt so werde ich hier richtig nicht mehr wieder falsch weg hier leute ich verbringe den stream damit einfach ein haus suchen wir streamen noch 26 minuten ich glaube der stream ist so interessant den werde ich nicht veröffentlichen du wappst dich auch nicht die ganze zeit durch die gegend ja military base das 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 Piano Hier war ich auch schon mal, eh das gibt's doch wohl nicht Weißt du wie du da rüberkommst, ne ne? Ja, ich kann keinen Shuffle mehr machen Und jetzt die runterlaufen, ne? Man muss irgendwie da runterkommen Irgendwo da unten sind Kisten Ja, der ist aber kaputt Ich muss halt nicht mehr rein mitspringen Ja, so 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 Wo muss ich ihn hin? Du warst du nie da unten? So 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 Usually So 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 Das ist schon wieder 3, ja. Wird ja auch Heizensieg spielen wollen, aber... Ich weiß, ich bin ganz in der Nähe. Nerven langsam. Wie oft war ich da? So oft? Ja, ich habe es geschafft. Die Knochen, meine Güte. Die Knochen, meine Güte! Was ist denn so? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt bin ich hier. Kommen Sie das bekannt vor? Nein. Ich würde jetzt ja gerne mit hier geschütteln. Ich bin gerade zum Stern. Die müsste ich da nur im Wasser langlaufen. Die Tonic. Oh, er geht. Es kommen noch mehr. Wieder. Zweifel. Jetzt kommt noch einer. Okay, noch einfach. Jetzt kommt noch einer. Nein. Ich bin tot, leider. Ich glaube, ich hätte stehen bleiben müssen. Sie hätten mich nicht gesehen. Nein. Okay, jetzt was für den letzten Schickler suchen wir mal für eine Minute. Ist das auch noch ein Blumentopf? Ist das auch ein Blumentopf? Das ist auch ein Blumentopf. Ja, das würde ich sagen. Ich sage mal, wie es anders wäre. Das wäre so, wie es los wäre. Das war einer, der keine Blume hat. Ich suche mal einen Blumentopf, der keine Blume hat. Ja, für 4 Minuten. Deshalb, ja. Ja. Ach, das gibt es doch nicht, Leute, ey. So sollten wir uns in 18 Minuten nicht schaffen. Sehen wir uns im nächsten Instrument wieder. Der ist dann wieder mein Kapoor. Wir können natürlich auch Minecraft Blumentopf spielen. Okay. So sollten wir uns in 18 Minuten nicht schaffen. Wie kommt das? Aber wie gesagt, das sehen wir gleich im nächsten Stream. Ich bin schon mal runter. Ich habe es noch im Wort. Hier bin ich auch falsch, ne? Ich bin schon mal runter. Ich bin schon mal runter. Konnte ich nicht laufen. Wo ist sowas, ne? Aber wie viel Minus sind wir denn hier? Bei 200 plus. Ich bin schon mal runter. Ich bin schon mal runter. Ich bin schon mal runter. Und ich bin schon mal runter. Ich weiß nicht, wie ich mich. Ich bin schon wieder. Also ich bin jetzt ein Platz. Und das ist dann auch so. Ich bin gespannt, dass wir jetzt erst ein Schack sein müssen. Das ist auf jeden Fall die falsche Richtung. Okay, wir sind wieder an unserem alten Versteck. In deine Richtung laufen. So Leute, der Stream ist jetzt vorbei. Sorry, wir sehen uns beim nächsten Bye Bye Chat. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist das da, die victorie auszummen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020